Mein Name ist Michael Troxler, ich arbeite beim Lehrbetriebswund 3.0 als Berufsbildner. Wir wollen den jungen Menschen mit auf den Weg geben, dass sie selbstständig durch das Leben gehen können, unabhängig und sich von zu Hause ablösen können. Unser Unternehmen ist in diesem Sinne besonders, dass wir Jugendliche während der Lehre begleiten werden, persönlich und auch schulisch. Wir machen das ganz individuell. Ich würde sagen, habe ein wenig mehr Mut, gehe raus, probiere Sachen aus zwischen 20 und 30, dann hast du immer noch genug Zeit, um sesshaft zu werden. Wir achten darauf, dass es ein komplettes Bewerbungsdossier ist, mit dem Lebenslauf, mit dem Anschreiben natürlich, mit allen Zeugnissen auch. Und sehr wichtig bei uns sind auch Schnupperberichte im entsprechenden Beruf, den du dich bewerbst. Uns ist es wichtig, dass wir ein sehr offenes Gespräch haben können, dass man transparent ist, authentisch auch durch das wirken kann und wir schlussendlich ein abgerundetes Bild machen können. Olenweisen served